Hey Tom, weißt du eigentlich, was ein Ökosystem im unternehmerischen Kontext ist? Und wieso Spielregeln im Geschäftsleben genauso wichtig wie im sozialen Leben sind? Nein, wieso? Okay, dann habe ich hier ein Exempel zur Verdeutlichung für dich. Ich erkläre es dir am Beispiel von Tesla. Tesla war der Elektro-Pionier, der sich weltweit sein eigenes Ökosystem geschaffen hat. Unter anderem aus der Herstellung und dem Vertrieb von Elektroautos, sowie der Zusammenarbeit mit Zulieferern, beispielsweise mit Halbleiterherstellern, die Batterie-Management-Systeme vertreiben. Zudem werden Elektro-Tankstellen betrieben. Das Ökosystem besteht aus unterschiedlichen Beteiligten, die Ressourcen bereitstellen, welche von Tesla in das eigene Service-Angebot integriert werden. Dabei kann es auch vorkommen, dass Tesla bei der Zulieferung der von nicht zufriedenstellenden externen Ressourcen, interne Ressourcen aufbaut. Wie zum Beispiel das neue Tesla-Werk in Berlin. Ähnlich geht Tesla auch bei den Strom-Tankstellen vor. Tesla erschafft sein eigenes Netzwerk aus Tankstellen, welche exklusiv von Tesla-Fahrern benutzt werden können. Die Bereitstellung solcher Ressourcen stiftet Tesla-Kunden einen zusätzlichen Nutzen. Ein weiteres Beispiel von Ressourcen, die einen zusätzlichen Nutzen zum eigentlichen Produkt erbringen, ist die kostenfreie Nutzung des Musik-Streaming-Anbieters Spotify im Tesla. Monetär gesehen, zwar ein relativ geringer Wert, jedoch stiftet Tesla durch das Bündeln verschiedener Ressourcen einen hohen individuellen Nutzen, in dem die Kunden jederzeit die individuell präferierte Musik hören können. Demnach ist ein Ökosystem ein in sich geschlossenes und sich selbst ein passendes System Ressourcen integrierender Akteure, welche durch gemeinsame institutionelle Logiken und gegenseitige Wertschöpfung über den Leistungsaustausch verbunden sind. Also benötigen Service-Ökosysteme institutionelle Logiken, beziehungsweise Regeln, welche die Aktivitäten der Akteure koordinieren. Beispielsweise wie Tesla seine Autos verkauft oder wie Tesla-Kunden untereinander agieren. Genau richtig. Diese werden Institutions, auf Deutsch Spielregeln, genannt. Sie umfassen regulative, normative und kognitive Elemente. Sie geben den unternehmerischen Beziehungen Stabilität und Sinn. Regulative Spielregeln bestehen zum Beispiel aus Gesetzen, wie staatlichen Subventionen, sowie aus Verträgen, wie einem Kaufvertrag. Zudem beinhalten sie Konventionen, wie dass Tesla über eine sehr transparente Preispolitik verfügt, da es keine Vergünstigungen gibt. Es existiert lediglich ein Empfehlungsprogramm. Normative Spielregeln dagegen sind zum einen von gesellschaftlichen Normen und Werten, wie beispielsweise einem nachhaltigen Kaufverhalten abgeleitet. Zudem beinhalten sie religiöse Aspekte sowie kulturelle Gepflogenheiten innerhalb einer Community. Wie zum Beispiel andere Begrüßungsrituale in asiatischen Ländern. Zuletzt sehen wir uns die kognitiven Spielregeln an. Sie umfassen Überzeugungen, Ideen oder Symbole. Es entspricht also einem Leitfaden, für die zwischenmenschlichen Beziehungen, der Akteure innerhalb des Ökosystems. Wie beispielsweise dem speziellen Gruß unter Motorradfahrern im Straßenverkehr. Zudem sind kognitive Gepflogenheiten, wie ein bestimmter Code of Conduct enthalten. Also wie untereinander kommuniziert und kollaboriert wird. Dazu gehört, dass Tesla keine klassische Werbung in Form von Flyern oder Broschüren betreibt. Somit hat Tesla diese Spielregeln bisher disruptiv gebrochen. Regulativ, indem auf ein Händlernetz verzichtet wird oder dass die Fahrzeuge bequem online zu transparenten Preisen bestellt werden können. Zudem genießen Fahrer eines Elektroautos, vielfältige Privilegierungsmöglichkeiten und staatliche Fördermaßnahmen. Konkret beinhaltet dies eine Befreiung von der Kfz-Steuer, Gratisparkplätze, einen Umweltbonus oder Vorzüge bei der Dienstwagenbesteuerung. Hinsichtlich normativer Regeln sehen sich Tesla-Fahrer selbst als Innovatoren, da sie oft sehr technikaffin sind. Außerdem liegt umweltbewusstes Fahren stark im Trend, was von der Gesellschaft hoch angesehen wird. Als kognitiv werden beispielsweise Ladeempfehlungen seitens Tesla betrachtet. Zudem tauschen Tesla-Fahrer gerne gegenseitig Tipps aus, wie dass eine vorausschauende Streckenplanung und vorab geplante Pausen auf längeren Strecken das A und O sind. Ganz nach dem Motto, wer langsamer fährt, kommt schneller ans Ziel. Das geschieht in diversen Tesla-Foren. Dort tauschen sich Tesla-Fahrer insbesondere bei spezifischen Problemen untereinander aus. Sie verzichten somit auf einen Service seitens des Herstellers und nutzen bewusst eine Tesla-externe Ressource. Die Tesla-Community Oh ja, ich kenne das. Oft grüßen sich Tesla-Fahrer auch im Straßenverkehr, ähnlich wie Motorradfahrer. Stimmt. Deshalb ist es extrem wichtig, dass die Akteure in einem Ökosystem bewusste sowie unbewusste oder unausgesprochene Spielregeln verstehen. Dazu bedarf es entweder einer Einigung oder auch wie im Fall von Tesla einem disruptiven Vorgehen. Dies geschieht meist, wenn proaktiv gegen nicht mehr zeitgemäße Rahmenbedingungen verstoßen wird und somit neue Spielregeln etabliert werden. Tesla zeigt somit, dass durch die geschickte Bündelung und Nutzung interner sowie externer Ressourcen ein komplett neues Geschäftsmodell entstehen kann. Und dieses von der Gesellschaft mit der Zeit akzeptiert wird. Zusammenfassend kann also das Etablieren neuer Spielregeln als entscheidender Beitrag für Innovation bezeichnet werden.